Die Geschichte steht in jedem Schulbuch. Am Abend des 31. August 1939 soll ein deutsches Kommando-Unternehmen unter dem SS-Sturmbandführer Alfred Naujoks im Auftrag des Chefs des Deutschen Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich einen polnischen Überfall auf den deutschen Sender Gleiwitz in Oberschlesien vorgetäuscht haben. Naujoks soll gegen 21 Uhr in den Sender eingedrungen sein, eine kurze Proklamation verlesen, einige Pistolenschüsse abgefeuert und schließlich die Leichen einiger ausgesuchter Sträflinge zurückgelassen haben. Dieser angeblich schon Anfang August geplante und vorbereitete Überfall wird als Beweis dafür angesehen, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewollt, provoziert und vorbereitet habe. Die genannte Darstellung geht einzig und allein auf eine eidesstattliche Erklärung Naujoks vom 20. November 1945 vor einem US-Leutnant mit Namen Martin zurück. Naujoks war bei der Waffen-SS strafversetzt worden, wurde ab dem Winter 1942-43 aus den Listen der SS gestrichen und zur Wehrmacht überstellt und hatte dann Frontbewährung erhalten. Am 19. Oktober 1944 lief er zu den Alliierten über. Gemäß seiner Schilderung hat er, wie er sagt, ungefähr am 10. August 1939 von Heydrich persönlich den Auftrag zu dem Überfall bekommen und sich von da an in Gleiwitz aufgehalten. Am Mittag des 31. August habe er telefonisch das Schlüsselwort erhalten, wonach der Überfall um 20 Uhr abends auszuführen sei. Zu seinen fünf bis sechs Männern vom Sicherheitsdienst habe er einen polnisch sprechenden Deutschen zur Verlesung einer polnischen Botschaft im Sender sowie einen bewusstlosen, noch lebenden, im Gesicht blutverschmierten Verbrecher in Zivilkleidung erhalten, den er nach dem wenige Minuten dauernden Überfall am Eingang der Station habe liegen lassen. Soweit die Aussage von Alfred Naujoks. In der zeitgenössischen Sekundärliteratur ist gelegentlich von mehreren Leichen die Rede, teilweise auch von solchen in polnischer Uniform. In der einzigen verfügbaren Quelle, nämlich dem Bericht Naujoks, wird darüber jedoch nichts gesagt. Auch der angebliche Bericht des Gestapo-Chefs Heinrich Müller, in welchem von 12 oder 13 verurteilten Verbrechern die Rede ist, deren Leichen in polnischen Uniformen am Schauplatz zurückgelassen werden sollten, wurde bis heute nicht gefunden. In Naujoks Aussage gibt es jedoch mehrere Ungereimtheiten. So nennt er in der Erklärung von 1945 weder seinen SS-Dienstgrad oder seine Dienststellung, nicht einmal seine Zugehörigkeit zum Amt 6 des Sicherheitsdienstes. Merkwürdig ist auch, dass Heinrich nur mündlich und telefonisch mit ihm verkehrt haben soll, unter Ausschaltung des gesamten Dienstweges, sodass keinerlei Papier über den Vorgang existiert. Auch wurden weder Naujoks Vorgesetzte noch die zuständigen SD-Dienststellen am Ort informiert. Selbst den Text des vorzulesenden Aufrufes will Naujoks mit seinen Leuten selbst verfasst haben, wie er in einem Spiegelinterview vom 13. November 1963 behauptet. Unter Militärs ist das aber nicht üblich. Auch erklärt Naujoks nicht, warum Heinrich gerade ihn für die Mission ausgewählt hat. Er sagt nur, dass es sich um persönliche Gründe gehandelt habe, nennt diese jedoch nicht. Naujoks nennt in seiner Aussage auch keine Namen von Mittätern und keine Ortsbeschreibung. Später behauptete er, dass seine Mittäter keine SD-Leute waren, sondern aus verschiedenen Abteilungen der Heidrich-Behörde stammen sollten. Allerdings sagte er, dass er den Gestapo-Chef Heinrich Müller, der im Dienstrang weit über ihm stand, angewiesen hätte, den bewusstlosen Verbrecher in der Nähe der Radiostation an ihn abzuliefern. Es war aber nicht üblich, dass ein niedrigrangigerer SS-Mann dem Gestapo-Chef Befehle erteilte. Die damalige Propaganda hat den Fall Gleibitzer Sender nicht ausgewertet. Weder Hitler noch Goebbels haben in ihren Reden jemals darauf Bezug genommen und auch der völkische Beobachter hat nichts verlauten lassen. Auch die polnische Presse hat damals diesen Fall mit keinem Wort erwähnt. Bei den Nürnberger Prozessen wurde die Aussage in Naujoks mehrfach verwendet. Seltsamerweise wurde der Polizeipräsident von Gleiwitz, schade, in Nürnberg nicht gehört. Er wurde bald darauf in einem polnischen KZ erschlagen. Auch hatte keiner der anderen in Nürnberg angeklagten Kenntnis von dem Vorfall. Merkwürdigerweise gibt es für diesen Überfall auch keine Tatzeugen, welche die Aussage in Naujoks bestätigen würden. Nebenbei bemerkt gilt das auch für andere angebliche Mordkommandos, die Naujoks durchgeführt haben will. Es gibt allerdings eine Zeugenaussage, die von den Geschehnissen am Abend des 31. August 1939 berichtet. Der Volksschullehrer Otto Radeck, Hauptmann der Reserve, hiente als Kommandant der oberschlesischen Grenzwacht im Raum Gleiwitz. Der Gleiwitzer Sender, der nur rund sieben Kilometer von der polnischen Grenze entfernt lag, wurde von der dritten Kompanie Grenzwachtbataillon Römisch 1-68 mit scharfer Munition bewacht. Radeck hörte in den Nachrichten des Senders Breslau von dem Überfall auf den Sender Gleiwitz und fuhr sofort hin. Dort herrschte jedoch völlige Ruhe. Von Schießereien wusste man nichts, Einschlagspuren von Geschossen gab es keine. Die Wachmannschaft berichtete, dass sie einige SS-Männer in Zivil, die sich ordnungsgemäß ausgewiesen hätten, in den Senderaum gelassen habe, wo diese über ein Wettermikrofon Sprechübungen in Deutsch und Polnisch veranstaltet hätten. Nach wenigen Minuten hätten sie sich korrekt wieder verabschiedet. Ein Anruf beim Armeekommando in Breslau ergab, dass alles in gewollter Ordnung sei. Nach der Aussage Radecks gab es auch einige besorgte Telefonanrufe bei den Nachbarn des Senders. Verwandte, die die Radiomeldung gehört hatten, erkundigten sich nach dem Verbleib ihrer Angehörigen. Diese konnten ihnen jedoch versichern, dass alles in Ordnung sei. Leider ist bis heute ungeklärt, wieso der Sender Breslau diese offensichtlich falsche Meldung verbreitet hat. Die Alliierten haben Naujoks für den Überfall auf den Gleiwitzer Sender nie zur Rechenschaft gezogen, sondern 1945 in die Freiheit entlassen. Auch in der späteren Bundesrepublik wurde er nie gerichtlich belangt. Als Naujoks im Jahre 1945 mit anderen Gefangenen im US-Lager Landwasser einsaß, hatte er nach einem längeren Gespräch mit dem Pfarrer des Internationalen Militärtribunals, Pater Sixtus, seinen Mitgefangenen erklärt, dass er nach Südamerika gehen würde. Am nächsten Morgen war er tatsächlich verschwunden. Als seine eidesstattliche Erklärung bei den Nürnberger Prozessen behandelt wurde, galt sein Aufenthaltsort als unbekannt. Er wurde nie gerichtlich vernommen. Als er später unter seinem richtigen Namen in der BRD auftauchte, wurde er nie verfolgt oder bestraft, sondern lebte bis zu seinem Tode in recht wohlhabenden Verhältnissen. Unter anderem gehörten ihm mehrere Häuser und Kiesgruben in der Nähe von Hamburg. Woher der plötzliche Reichtum kam, ist nicht bekannt. In seinem Buch »Hinter den Kulissen der Macht« schildert der Autor Hans-Werner Woltersdorf eine Begegnung mit Naujoks Ende der 50er Jahre wie folgt. Wir kamen auf die Sache, mit dem Sender Gleiwitz zu sprechen. Er wartete zurückhaltend, was ich davon zu erzählen wusste. Ich kannte nur die Schulbuchgeschichte von dem fingierten Überfall auf den Sender Gleiwitz. Er widersprach nicht. Ich sagte ihm, dass in den Nürnberger Prozessen und unzähligen anderen Kriegsverbrecherprozessen Tausende von Menschen wegen viel geringerer Vergehen hingerichtet oder lebenslängig eingesperrt worden seien. Er aber habe nach eigenem Eingeständnis eine Anzahl von KZ-Häftlingen ausgewählt und in polnische Uniformen gesteckt, wohlwissend, dass keiner von ihnen lebend davon kommen werde. Das sei heimtückisch vorbereiteter Mord. Trotzdem habe man ihm kein Haar gekrümmt. Wie das zu erklären sei, wollte ich wissen. Sie sehen, dass ich noch lebe, sagte er, sogar gut lebe. Und das ist für mich die Hauptsache. Seit den 1930er Jahren wurden überall in der Schweiz Grenz- und Landesbefestigungen ausgebaut, um vor allem einen Angriff des nationalsozialistischen Deutschlands abzuwehren. In diesem Zusammenhang wird gewöhnlich von einer Operation Tannenbaum gesprochen. Unter diesem Decknamen sollen die Deutschen 1940 einen Angriffsplan auf die Schweiz erstellt haben. Da dieses Dokument erst lange nach Kriegsende von den Alliierten Siegern in Umlauf gebracht wurde, ist es mit Vorsicht zu genießen. Sicher ist nur, dass die hohe Truppenkonzentration an der Schweizer Grenze bei Basel ein Täuschungsmanöver war, welches die Franzosen veranlasste, ihrerseits starke Verbände im Basler Raum zu konzentrieren. Deutschland musste sich zwischen den beiden Weltkriegen bekanntlich der englischen Blockade erwehren, dazu der Gebietsansprüche Frankreichs, Belgiens, Dänemarks, Litauens, Polens, der Tschechei. Außerdem war da noch das Problem mit Kärnten und Jugoslawien. Im Osten machte sich Stalin bereit für seinen Marsch zum Atlantik und in Mittelosteuropa, vor allem in Polen, wurde Jagd auf Volksdeutsche gemacht. Dennoch erscheint es den Schweizern logisch, dass ausgerechnet sie das Ziel der deutschen Expansionspläne gewesen sein sollen. Bei der Operation Tannenbaum dürfte es sich entweder um ein Planspiel handeln, so wie es Militärs gerne simulieren, um einen Teil des Täuschungsmanövers gegen Frankreich oder um alliierte Propaganda. Für Letzteres spricht, dass keine Originaldokumente vorhanden sind, sondern bestenfalls Abschriften. Wer sich ein wenig mit Dokumentenfälschungen beschäftigt hat, weiß, dass dies ein beliebter Trick von Fälschern ist, kann man eventuelle Fehler doch einfach auf den Abschreiber abwälzen. Oft sind jedoch nicht einmal Abschriften vorhanden, sondern nur persönliche Erinnerungen von angeblich Beteiligten. Politisch hätte die Besetzung der Schweiz jedenfalls keinen Sinn gemacht, war sie doch das einzige Nachbarland, von dem keine Bedrohung für Deutschland ausging. Das hinderte die Schweizer ihrerseits jedoch nicht daran, eine eventuelle Bedrohung durch Deutschland propagandistisch auszuwerten. Zum Beispiel führte der damalige Schweizer Oberbefehlshaber General Henri Guisson im Jahre 1940 den sogenannten Rüttli-Rapport durch. Er versammelte auf der historischen Rüttli-Wiese führende Offiziere der Schweizer Armee und nahm ihnen erneut den Treueschwur ab. Erst heute werden seine Geheimabsprachen mit Frankreich erforscht, welche die Schweiz vermutlich zu einem Satellitenstaat Frankreichs gemacht hätten, wenn er erfolgreich gewesen wäre. Auf alle Fälle führte die damalige Stimmung in der Schweiz unter dem Kennwort Projekt Alpenfestung zum Bau von sogenannten Festungen, von denen die meisten ab 1995 zusammen mit der Militärdoktrin von der Festung Schweiz aufgegeben wurden und heute frei zugänglich sind. Die bekannteste dürfte vielleicht die Artilleriefestung Crestawald in Graubünden sein, die in den Sommermonaten immer samstags besichtigt werden kann. Unter Ausnutzung natürlicher Höhlen wurde eine Artilleriefestung in den Fels gehauen, deren 10,5 cm Kanonen mit einer Reichweite von 17 km vor allem den San Bernardino und den Splügenpass sichern sollten. Der Grundgedanke war, dass sich die Schweizer Armee im Falle eines Angriffs in die Gebirgsfestungen zurückzieht, um von dort die Alpenpässe zu sperren. Das schweizerische Mittelland mit den Industriebetrieben und Großstädten hätte man dagegen dem Feind überlassen. Solche Festungen, Artilleriewerke, Infanteriebunker und Grenzsperren wurden in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg in der ganzen Schweiz neu gebaut. Teilweise geschah dies als Mittel zum Abbau der hohen Arbeitslosigkeit nach der allgemeinen Weltwirtschaftskrise. Für die Baufirmen war das natürlich ein Glücksfall, wurde ihnen doch auf Jahre hinaus ein gesichertes Einkommen verschafft. Neben den Baufirmen haben auch diverse andere Firmen am Bau dieser umfangreichen militärischen Anlagen verdient, vom Lieferanten der elektrischen Ausrüstung über die Waffenfabriken bis zum Möbellieferanten. Sicherlich haben die wirtschaftlichen Gewinnerwartungen durch den Festungsbau bei der Einschätzung der Bedrohungslage eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Übrigens kam der Stahl für die Sicherung der Festungen von der Firma Krupp in Essen. Die Kanonen in Kresterwald stammten ursprünglich aus Schweden und wurden in der Schweiz in Lizenz gebaut. Verschiedene Elektroteile wurden von der Schweizer Filiale der Firma Bosch geliefert und überhaupt benutzte die Schweizer Armee fast ausschließlich deutsche Kanonen von Krupp aus Essen. Abschließend sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es dann schließlich die westlichen Alliierten waren, die Schaffhausen und sogar Zürich bombardierten, Schweizer Schiffe im Mittelmeer angriffen und nach einer deutlichen Aufforderung Stalins, er sprach von den Schweizer Schweinen, womöglich in die Schweiz einmarschiert werden. Der deutschen und Deutschtumshasser Winston Churchill hat das allerdings abgelehnt. Otto John war in der noch jungen Bundesrepublik der erste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Bis dahin hatte er allerdings schon ein bewegtes Leben hinter sich. Geboren wurde er in Marburg am 19. März 1909. John wuchs in Wiesbaden auf und studierte in Frankfurt am Main und Berlin Jura. Im Jahre 1934 schloss er sein Studium mit der Promotion ab. Ab 1936 war er bei der Lufthansa tätig. Sein Vorgesetzter in der Rechtsabteilung war Klaus Bonhoeffer, der Bruder des Theologen Dietrich Bonhoeffer. Durch Klaus Bonhoeffer bekam John noch vor dem Krieg Kontakt zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In das Licht der Öffentlichkeit trat John durch seine Beteiligung am Putschversuch des 20. Juli 1944, an dem er im Berliner Bändlerblock beteiligt war. Nach dem Scheitern des Attentats gelang es John als einzigem der Hauptverschwörer zu entkommen. Er floh über Spanien und Portugal nach Großbritannien und arbeitete unter dem britischen Chefpropagandisten Sefton Delmer beim schwarzen Propagandasender Soldatensender Calais. Johns Flucht aus Deutschland schien nicht besonders schwierig gewesen zu sein, wie er Delmer nach seiner Ankunft in London berichtete. Erst am 24. Juli, vier Tage nach dem missglückten Attentat auf Hitler, bestick John die Linienmaschine Berlin-Madrid. Als Angestellter der Lufthansa verfügte er über ein Dauervisum für die Ausreise. In diesen vier Tagen zwischen Attentat und Flucht spazierte John offen durch Berlin und führte Telefongespräche mit seinen Mitverschworenen oder deren Freunden, von denen einige jedoch bereits verhaftet worden waren. Erst der Diplomat und Mitverschwörer Adam von Trott zu Stolz konnte John dazu bewegen, sich ins Ausland abzusetzen. Bereits seit 1942 hatte John Kontakt zu Mitgliedern britischer und amerikanischer Geheimdienste, die er ausführlich über die Pläne der Verschwörer informierte. Es waren dann auch seine Freunde vom britischen Secret Service, die ihn aus Madrid nach Lissabon schmuggelten und von dort nach London brachten. Nachdem er dort die mehrere Wochen dauernde britische Sicherheitsüberprüfung überstanden hatte, wurde er mit Sefton Delmer bekannt gemacht. Dieser warb ihn für seine Propagandaabteilung mit den Worten, »Wir führen eine Art totalen Nervenkrieg gegen Hitler. Dabei ist alles erlaubt, sofern es dazu dient, das Ende des Krieges und Hitlers Niederlage zu beschleunigen. Sollten Sie jedoch Lust haben, sich meiner Einheit anzuschließen, so muss ich Sie gleich darauf aufmerksam machen, dass wir jeden auch den schmutzigsten Trick anwenden, der sich nur denken lässt. Jeder Griff ist erlaubt, je übler, umso besser. Lügen, Betrug, alles.« John hatte jedoch keinerlei Bedenken gegen eine Mitarbeit und gab Delmer bereitwillig alle Informationen, die dieser von ihm haben wollte. Egal, ob es sich um die innere Opposition, um die Gebrüder Bonhoeffer und Admiral Canaris handelte oder um das, was Delmer »Himmlers Flirt mit der Widerstandsbewegung« nannte, John erzählte seinen neuen englischen Freunden alles. Aus diesen Informationen entwickelte Delmer umgehend eine Kampagne gegen Himmler. Mittels des delmerschen Radiosenders Hagedorn wurde nun auch der Waffen-SS eine Widerstandsbewegung gegen Hitler angedichtet. Nach dem Krieg hat auch John recht schnell wieder eine Beschäftigung gefunden. Nach Kriegsende war er zunächst Zeuge der Anklage bei den Nürnberger Prozessen. 1950 wurde er Präsident des neu gegründeten Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln, vor allem durch britische Unterstützung und gegen den Willen von Kanzler Konrad Adenauer. Am 20. Juli 1954 nahm John an einer Gedenkfeier für die Hitler-Attentäter im Berliner Bändlerblock teil. Am Abend des gleichen Tages fuhr Wolfgang Wohlgemuth, ein Freund, der für den sowjetischen Geheimdienst KGB arbeitete, mit ihm in den Ostsektor Berlins. John wurde von KGB-Offizieren Ende August bis Mitte Dezember 1954 in Moskau verhört. Kopien der Protokolle dieser Verhöre wurden damals dem Staatssicherheitsdienst der DDR überlassen. Nachdem er vier Monate lang in Moskau verhört worden war, stellte ihm die DDR zwei komfortable Wohnungen und ein Büro und John nahm, ständig unter Bewachung, eine Propagandatätigkeit auf, während der er in vielen Vorträgen und Veröffentlichungen zahlreiche Vorwürfe gegen die BRD erhob. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Akten des Staatssicherheitsdienstes, die 1999 in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte vorgestellt und kommentiert wurden, weiß man heute mit ziemlicher Sicherheit, dass John entgegen seiner Behauptung sehr wohl Dienstgeheimnisse und amtsinterner Preis gegeben hat. Am 12. Dezember 1955 setzte sich John mit Hilfe des dänischen Journalisten Henrik von der Henrichsen wieder von Ost nach Westberlin ab. In der Bundesrepublik wurde er wegen Landesverrat angeklagt, was ihn anscheinend überraschte, und vom dritten Senat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe am 22. Dezember 1956 zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt, die er nahezu vollständig absitzen musste. Nach seiner Freilassung bemühte sich John bis an sein Lebensende vergeblich um seine Rehabilitierung. Prominente Politiker wie Herbert Wehner, Willy Brandt und Franz Josef Strauß setzten sich für eine Wiederaufnahme des Prozesses ein. Sein früherer Chef beim Soldatensender Calais, Sefton Delmer, widmete John im 1962 erschienenen zweiten Teil seiner Memoiren »Die Deutschen und ich« in distanzloser Weise zwei Kapitel. Darin versuchte er, allein aufgrund der ionischen Darstellung, diesen als Märtyrer zu präsentieren, der als Überlebender des Widerstandes gegen Hitler bei den tonangebenden Politikern und Beamten jener Zeit zum Prügelknaben und ersten Opfer des Vierten Reiches geworden sei. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gewährte ihm 1986 eine Sonderrente von 4200 DM monatlich, um, wie er sagte, mit den bescheidenen Mitteln, die meinem Amt zur Verfügung stehen, einen Schlussstrich zu ziehen. Der Politikwissenschaftler Hartmut Jeckel kommt in seinem Artikel in der Zeitung »Die Zeit« aufgrund der inzwischen vorliegenden Unterlagen aus den Stasi-Beständen zu folgendem Schluss. Gewichtige Indizien besagen, der Geheimnisträger Otto John hat sich am 20. Juli 1954 freiwillig zu Gesprächen nach Ostberlin begeben. Innerlich bewegt von einem naiv-patriotischen Impetus, der deutschen Einheit auf eigene Faust voranzuhelfen, hat er nicht damit gerechnet, dass ihm die Rückkehr in den Westtal Berlins verlegt werden könnte. Als ihm dies bewusst wurde, mag er geglaubt haben, einen groben Fehler durch einen noch gröberen korrigieren zu können. Otto John verstarb am 26. März 1997 in Innsbruck. Der Wissenschaftler und Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein gilt als einer der wichtigsten Forscher des 20. Jahrhunderts. Jedoch ist die derzeitige Physikergeneration gerade dabei, seine Thesen zu widerlegen. Zumindest die Idee, dass nichts schneller reisen kann als das Licht, muss als überholt gelten, seitdem es vor einigen Jahren Wissenschaftlern der Universität zu Köln in einem Laborversuch gelang, Schallwellen mit Überlichtgeschwindigkeit zu transportieren. Schon vor dem Ersten Weltkrieg legte Einstein seine deutsche Staatsbürgerschaft ab und arbeitete als Angestellter des Eidgenössischen Patentamtes in Bern in der Schweiz. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat er bei dieser Tätigkeit in einer von technischen Innovationen geprägten Atmosphäre zahllose Anregungen für seine eigenen Theorien erhalten. Nach seiner Berufung an eine deutsche Universität nahm er seine alte Staatsbürgerschaft zwar wieder an, sein Herz gehörte jedoch eindeutig dem Zionismus. Im Jahre 1952 trug man ihm sogar das Amt des israelischen Staatspräsidenten an, was er allerdings ablehnte. 1933 emigrierte Einstein in die USA und schrieb seine legendären Bombenbriefe an Präsident Roosevelt, in denen er noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zum Bau der Atombombe gegen Deutschland drängte. Wie sein britischer Biograf Ronald Clark schreibt, war Einstein von einem deutschen Hass besessen, der paranoide Züge trug. Einstein hatte sich auch direkt am Bau der Atombombe beteiligt, die dann allerdings auf Japan abgeworfen wurde. Obwohl Einstein es nach eigener Aussage ablehnte, an irgendeiner Sache beteiligt zu sein, die ein Stück des deutschen öffentlichen Lebens verkörpert, sind in Deutschland zahlreiche öffentliche Einrichtungen nach ihm benannt. Seine Büste steht seit 1990 sogar in der Ruhmeshalle Valhalla bei Regensburg. Bekannt wurde Einstein vor allem durch seine bahnbrechenden Arbeiten, die er zum ersten Mal in einem Artikel mit dem Titel Spezielle Relativitätstheorie in den Annalen der Physik im Jahre 1905 der Fachöffentlichkeit präsentierte. Wenige Jahre später folgte seine berühmte Formel E gleich mc², die er selber allerdings nicht niedergeschrieben haben soll. Im Jahre 1950 schließlich folgte die allgemeine Relativitätstheorie. Eine wenig bekannte Seite des großen Physikers präsentiert der schweizerische Journalist Luc Bürgin in seinem Buch Irrtümer der Wissenschaft. Auf Seite 64 weist er auf einen Leserbrief von Gustav Luther hin, den dieser im Jahr 1995 an die Zeitschrift Raum und Zeit geschrieben hat und der dort auch veröffentlicht worden ist. Gustav Luther bezeichnet in seinem Brief Einstein indirektes Ideenklaus. Wortwörtlich ist bei Bürginn zu lesen, Im Archiv des Rathauses von Maros Vasaheli, heute Tigrumures, in Siebenbürgen, steht ein Dossier leer. Es fehlen seit 1911 die umfangreichen Manuskripte von Vater und Sohn Boliai. Farka Boliai war ein ungarischer Mathematiker und sein Sohn Johann Ingenieuroffizier und Entwickler der ersten Sätze der sogenannten nicht-euklidischen Geometrie. Nach einer in dem Dossier vermerkten Notiz seien die Manuskripte unter dem Gesichtspunkt der Relativität geschrieben und von einem jungen Mann namens Einstein ausgeliehen worden. Dieser hätte jedoch bis heute vergessen, sie zurückzugeben, wie gemäß Bürginn der Archivverwalter Ladislaus Frenzi in der Zeitschrift Anna Pfiai von 1971 sagt. Bürginn meint dazu, eine gründliche Recherche wäre die Sache auf alle Fälle wert. Dem ist nichts hinzuzufügen.